Leute, was geht ab? Willkommen beim nächsten Part von Amnesia White Knight. Ich bin heute ein bisschen krank. Ich hoffe, das macht nichts aus. Und ja, wir setzen gleich wieder ein, wo der nächste Part aufgehört hat. Ich hab's jetzt so ewig nicht mehr gezockt. Ach ja, hier, Taschenlampe und so. Ah ja, genau. Also hier... Oh Gott, ist das ruhig. Ist das Licht ausgefallen? Es rührt sich nichts. Ich will... Es rührt sich auch nichts. Da war ein Geräusch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich... Wo ich jetzt hier hin muss. Was ich genau machen muss. Aber ich brauch definitiv meine Taschenlampe. Was haben wir denn hier noch? Okay, sechs Batterien und nur halb voll die Taschenlampe. Okay, das passt schon mal. Oh shit. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist das? Oh Gott, so eine Stelle gab's da. ETF. Brennendes Feuer auf dem Wasser. Nice. Was geht hier? Warum ist eigentlich keine Musik hier? Verdammt. Oh, Ratzen. Hallo. Okay, Batterien. Packed up a battery. Leere Benzinkanister. Alles klar. Oh Mann. Sehr gut. Okay, dieses Scheißfeuer hier. Auf dem Wasser. Bewegt sich. Licht an. Licht an. Was haben wir denn hier? Ein Lagerraumschlüssel. Na los, Schübe. Nightzettel. Satzgenerator. Bei dieser Komplettsanierung ist es wichtig, den Generator als erstes auszutauschen. Dr. S. wollte aber nicht auf mich hören und nun gibt es in der gesamten Anstalt Stromausfälle. Für diesen Fehler lasse ich mich nicht wiederverantwortlich machen. Na, ist richtig so. Der Generator ist extrem alt und kann mir nichts, dir nichts in Geist aufgeben. Letzte Woche ist es wieder passiert. Das Ding kann nicht mehr repariert werden. Für Notfälle. Gut. Erstens, man braucht einen vollen Benzinkanister. Ich habe nur einen leeren. Zweitens, der Container neben dem Generator muss mit Benzin gefüllt werden, damit die Maschine anspringen kann. Ja, gut. Danach den Hebel neben dem Container ziehen. Dieser Hebel ist übrigens auch steinalt. Manchmal müssen wir ihn zweimal ziehen. Okay, weiß ich Bescheid. Aber jetzt brauche ich... Oh Mann. Brauche ich erstmal Benzin. Also, das ist... Ja, ziemlich verwirrend. Oh mein Gott. Es kommt... Nee. Und hier? Was geht hier so? Na los. Bisschen Action hier. Bisschen Blut auf dem Boden. Oh. Eine... Ochst, die ich nicht nehmen kann. Okay. Haben wir was? Nein, hier haben wir nichts. Schloss ist kaputt. Sehr gut. Die OX kann ich leider nicht nehmen. Okay. Was ist hier so los? Ich muss den Generator anschmeißen. Achso, ja. Hier muss ich dann erst hin. Wenn ich den Generator wieder ohne habe. Okay, ist schon mal gut zu wissen. Aber... Aber... Habe ich jetzt hier schon? Die Tür? Ah ja, genau. Ich glaube, mein Hirn leidet auch unter meiner Erkältung. Oh Mann. Ja, aber... Jetzt im Moment mal. Weil... Oh Mann. Oh Mann. Ah! Hoch, hoch, hoch. Okay. Aber ich muss ja hier... Irgendwann muss ja dieses Benzin sein. Oder... So eine Art Benzin. Ich weiß bloß nicht. Ah, blöde Idee. Da muss ich euch... Okay, ein Rollstuhl. Aber hier... Ist ja nix. Bloß diese Leere... Na komm. Auf Seiten. Und Besen. Besen. Oh Mann. Aber es sieht doch nicht aus wie Wasser, oder? Das muss ja hier... Irgendwas geben. Ich weiß nicht was. Hallo Leute. Ähm... Ich bin jetzt mal zurückgegangen hier. Und... Ich schalte jetzt mal... Ob ich diesen... Ah... Schlüssel hier benutzen kann. Was haben wir hier... Moment. Ah, sehr gut. Okay. Benzin-Kanister aufgefüllt. Jetzt muss ich bloß nur zum Generator. Oh Mann, wenn ich mich halt hier besser auskennen würde. Wie war das auf dem Zettel? Notes... Äh... Ersatzgenerator. Der Container neben dem Generator muss mit Benzin gefüllt werden. Der Container... Ich denke, dann sollte ich den Schalter betätigen. Aha. Jetzt gleich mal dunkel. Oh Mann. Dieser Kack-Sound, das ist so laut. Jetzt haben wir wenigstens wieder Licht. Alles klar. Und jetzt kommen wir mal zurück. Oh, genau. Generator. Er schreckt mich noch mehr. Und wie sieht das Licht aus? Ach, das war schon immer aus. Verdammt. Oh. Oh nein. Oh oh. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist jetzt los? Oh, scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh Gott. Schnell, schnell. Lauf. Oh, die Musik, die macht mich wild. Leute, die macht mich verrückt. Schneller, 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 schneller. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Da, da, da. Schnell rein. Oder nein, oder nicht. Oh Gott. Ja, und jetzt? Alter, bitte. Oh nein. Oh, ich hab Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, verpiss dich. Oh. Oh. Die Musik macht mich gerade total blöd im Kopf. Oh Mann. Echt. Meine Fresse. Tolle Spinnenwebex. Schön animiert. Meine Herren. Oh. Pfff. Hallo? Okay. Gut. Ein langer, dunkler Gang. Wir laufen jetzt einfach durch. Wieder nach links noch nach rechts schauen. So ein Sack. Was steht da? Was steht da? Was steht da? Oh Mann, ich will es eigentlich gar nicht wissen. She's a murderer. Willst du hin? Batterien. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der kommt mir jetzt so entgegen. Hundertprozentig. Was ist das schon wieder? Ich drehe hier durch. Oh Mann. We all will wear white. Hm, okay. Ich will auch weiß tragen. Okay. Torso. Also. Oh Mann. Ich will net. Letzte Tür. Da geht was. Da geht nix. Vorschlag haben wir. Hahaha. Geh auf. Oder da. Oh yeah. Okay. Oh nein. Ja, super toll. Super geil. Okay. Ich muss mir jetzt, ich muss mir jetzt irgendwie, irgendwie runterbringen. Also das Spiel hat keine gute Grafik. Die Spinnenweben sehen auch wie, keine Ahnung was. Die Musik ist auch schlecht. Aber man, und eigentlich, hier kann ja auch nix passieren und so. Und hier sind auch die Batterien für meine Taschenlampe, die hilft mir ja hier. Und dieser Gang ist auch nicht gruselig. Das sieht aus wie bei mir zu Hause. Ja, und es geht auch ewig weiter. Klar. Oh Mann, ey. Okay. Es ist wenigstens nicht endlos. Hoffe ich mal. Ah. Huh. Okay. Sieht vielversprechend aus hier. Oh. 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 Ähm. Hallo. Oh. Oh Gott. Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Ihr mögt mich also. Ich brauche aber keine. Ich brauche keine Rollstühle. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Noch mehr Rollstühle. Ah. Uh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Du blödes Stück Kot. Geh weg. Geh weg. Was ist das hier? Oh. Oh. Biggab Glühbirne. Oh Gott. Schnell. Ich muss hier morphin. Oder. Alter Schwede. Hört halt auf. Ich hab ne Spritze. Dieses Hospital. Dieses Platz. Das wird ein neues Beginn für mich. Sophia hält smart auf mich. Ich kann hier nicht hören. Das ist ein neues Projekt. Ich verstehe. Ich kann hier nicht hören. Ich kann hier nicht hören. Ich kann hier nicht hören. hören würde jetzt bestimmt irgendwas passieren ach so das ist in der aufnahme was ist jetzt ja leg dich bisschen hin schlaf eine runde das ist bestimmt alles gut was hat der aufregung meine rauchen ja 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 komm werden wir schon sehen uh-huh time for you to wake up david time for you to remember ja käfig käfig fight wo kommt die leiter her gehen wir mal hoch ins nichts gut gut oh man ob das überhaupt enden will ich glaube nicht gut okay denn was der hospital hier bist du ihr redet hier mit mir ja toller sonnenuntergang ach so das sind seine erinnerungen ich brauche immer ein bisserl ich habe einen neuen Freund hier David sie ist so schön und sie weiß so viel ja sieht aber schön aus bis auf diese gitter hier im fenster mhm 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 hinein ins gute haus mhm na komm mhm 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 alles klar Okay Leute, wir sind hier im Denver Hospital Oder keine Ahnung wo Wir gucken uns jetzt hier gleich mal um Mit schöner klassischer Klaviermusik im Hintergrund Und danke fürs Zusehen Und wir sehen uns im nächsten Part Tschüssi